Ja, so das war ist dann wahrscheinlich der zweite Teil des Videos. Langsam habe ich die Schnauze voll, dass mich Raymond immer kurz aufs Desktop wirft. Scheiß. Außerdem haben sich die Farben ein bisschen geändert gerade. Aha, Reader, ein riesiger Roboter. Hat das von Dark Messiah of Might and Magic. Das war jetzt meine eigene Doofheit. Also nochmal alle von vorn. Oder auch nicht. Ja komm, wo ist denn das? Ich komme mir doch langsam echt verarscht vor vom Spiel. Also, keine Ahnung. Die ersten zwei Drittel des Spiels waren tatsächlich voll schön, aber jetzt am Ende baut es ab. Finde ich. Einfach nicht nur... Es wird nicht unfair oder so. Es macht aber einfach irgendwie keinen großen Spaß mehr. Äh, was ist denn das? Ah, das muss auch Agletters sein. Meine Babys. Meine Babys. Schrecklich. Die Piraten haben alle meine Babys geholt. Sie haben sie in Käfige und Männer gesperrt. Mein Schatz Glowbox hat versucht sie zu stoppen, aber die Piraten ihm einfach gar gefangen. Und sie haben ihn zu ihrem Gefangenenschiff gebracht. Schon wieder. Hm. Hm, damit kann ich bis zu den Minenrellen. Ja. Wir helfen dir natürlich. Und tschüss. Äh, nee, oder? Also ich kann schießen, wenn's ist. Lustig. Cool. Sonst kann ich irgendwas machen? Nee. Südliche Mine. Ja, dann gehen wir mal in die südliche Mine. Hey, schau mal, ich hab gesch... Okay. Die waren aber fleißig. Und anstatt, dass es ihre Mutter zurückbringt, geht er einfach weiter. Ist okay. Okay. Aha. Aha. Uah. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Man weiß es nicht. Ich darf vielleicht erstmal was kaputt schlagen. Gut, kaputt. Ich weiß es nicht. Danke. Östliche Mine. Und die nächsten Kinder, oder wie? Ja. Wenden. Steuerbord. Ach du Scheiße. Ich muss wer... Was ist das? Warte mal. Au. Jetzt erstmal chillen. Also hier geht's nicht weiter, nee. Also, nee, hier nicht. Das Schiff raucht. Naja. Kommt davon, wenn man einen Franzosen da dran lässt. So, das waren die rassistischen Witze für diese Woche. Der Rest übernimmt der Duke. Jetzt erstmal chillen. Also, da kommen wir her. Dann gehen wir da hin. Hoffe ich. Vielleicht war das falsch. Wahrscheinlich war es ziemlich sicher falsch. Oh. Nee. Vielleicht auch nicht. So. Westliche Mine. Und die nächsten Kiddies abgeholt. Alter. Hier muss aber gebärfreudig sein. Hehe. Äh. Schiff zu groß. Ja. Ich hätte gerne etwas Lebensanalyse. Bitte. Nördliche Nähe. Optimal. Jetzt müssen wir irgendwie wahrscheinlich nur noch heil zurückkommen. Übrigens auch wieder so eine Eigenschaft von alten Spielen. Ihr seht hier kein Pfeil, dem ihr folgen müsst oder sowas. Das wurde alles durch Spiele-Design geändert. So. Und weg mit dem Scheiß. Warum schießen die überhaupt auf das Piratenschiff? Die wissen ja eigentlich gar nicht, dass Rayman da drin ist. Fragen über Fragen über Fragen. Jetzt, äh. Erstmal chillen. Das war für das Schlecht. Ah. Und jetzt aber. Könnten wir bitte weiter? Leg mal den Turbo ein hier. Das knarzt ja. Es würde wirklich bald alles zusammenfallen. Jetzt kann ich nur hoffen. Nicht, nicht. Oh doch, das will die tun. Bitte. Lass mich das in einem Stück überstehen. Kann ich jetzt irgendwo hier andocken wieder? Nicht? Doch. Sehr hübsch. Boim. Mama. Yo, mein Kind. Na, ne, Aglet. Da sind die anderen. Oh, sind die knuffig aus. Danke, Minion. Nimm das Boot und zisch ab. Juck. Ah, danke für die vierte Maske. Oh, mein Kind. Ich will nicht sehen, was ich in einer der Minen... Oh, das ist die vierte. Oh, das ist die vierte Maske. Adios, Muchachos. Gut, dann mal tschüss. Mann, die Levels werden halt wirklich riesig am Ende. Oh, das ging flott. Ah, das letzte Maske. Bravo, Raymond. Du hast mich zurückgebracht. Ja, der wird es sein Gegner. Ich werde meine Kräfte nutzen, um sie zu vernichten, um die Welt von den grausamen Robotern zu befangen. Oh je. Meine Kräfte sind beschränkt. Auf der Erde machen mich die Lumps unschlagbar. Aber in der Luft bin ich noch richtig verwundbar. Du musst auf dem gefangenen Chef kämpfen. Ich werde dir das Maximum an Energie geben. Ist das auch ein Supremo? Nein, andersrum. Jedes Maximum ist Supremum, aber nicht jedes Supremo Maximum. Yo. Dann schauen wir mal, was wir jetzt von ihm kriegen. So, jetzt geh. Und finde Klingenbad. Drogi. Hat er definitiv zu viel an für Termini geschwommen. Oh. So, wieder ein elendig langes Level geschafft. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dann, Leute. Bis dann.